Ich habe geraubt. Ich habe halt überlebt. Mit Rauben gehen, sehr viel gehen. Und wir haben immer in Ruinen gelebt. Ja, warum unterwegs? Zum Beispiel, weil ich mit 17 Jahren abgehauen bin von zu Hause. Weil ich vermisshandelt worden bin in der Kindheit und weil das Geheimnis nie herausgesprochen sein dürfte. Ich war irgendwie in der Saatgasse gelandet. Und habe ich dann wieder erlebt, diese Machtlosigkeit, diese Ohnmacht, die man erlebt, wenn man in solche Krallen kommt. Ich habe nur geträumt, ich werde sie alle umbringen, 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 immer mit Messer stechen. Und kurz danach, der erste Mann, der mich belästigt hat, in ein Geschäft anfahren. Was tragen Sie denn da? Und Tappchen auf die Tutti habe ich dann reingefetzt. Das war das erste Mal.